Wer einen attraktiven Einstieg in die Welt der Anlagen sucht, dem empfehle ich einen Vorsparplan. Ein Vorsparplan lohnt sich für jeden, der monatlich etwas zur Seite legt. Anstelle eines Dauerauftrages auf ein Sparkonto werden die Überweisungen auf das Vorsparplankonto getätigt und von dort investiert. Wenn ich Ihr Interesse an einem Vorsparplan geweckt habe, kommen Sie vorbei, ich berate Sie gern.